Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere-Gedanken-Podcast. Letzte Woche hatten wir uns ja das Interview mit Christine Lüttke von der FDP angeschaut. Also, wenn ihr das verpasst habt, guckt da unbedingt nochmal rein. Und da hat sie ja auch gesagt, dass jetzt der Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Zug ist. Und kaum hatten wir die Folge veröffentlicht, kam auch schon die Breaking News raus. Und zwar hat Lauterbach angekündigt, dass nun die Cannabis-Legalisierung doch auf der Agenda dieses Jahr stehen wird. Ja, genau genommen hat er gesagt, dass er bis zum Ende des Jahres einen Gesetzesentwurf vorliegen haben möchte. Also nicht, dass Ende des Jahres schon legalisiert sein soll oder die kontrollierte Abgabe stattfinden soll, sondern Ende des Jahres soll erst ein Gesetzesentwurf vorliegen, der dann besprochen wird, beziehungsweise da wird jetzt besprochen, dann liegt der Gesetzesentwurf vor. Dann wird sich nochmal angeguckt, dann vielleicht, wer weiß, wie es jetzt mit den Wahlen im Landtag aussieht, ob da der Bundesrat noch was gegen machen kann. Aber das wird sich dann zeigen. Jedenfalls nicht so, wie jetzt einige Medien schon gesagt haben, Ende des Jahres kommt die Legalisierung. Nein, Ende des Jahres soll ein Gesetzesentwurf vorliegen. Ja, leider. Ja, schön, wenn. Ja, also es haben jetzt auch schon wieder mehrere Politiker gesagt, dass es vielleicht ein bisschen schneller gehen könnte und vielleicht Anfang nächsten Jahres dann wirklich soweit ist, dass die kontrollierte Abgabe kommt. Aber ich glaube, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Also, wenn alles am Ende gut laufen wird und der Gesetzesentwurf, wenn der, weiß nicht, dann im November rauskommt und direkt akzeptiert wird, dann haben wir, würde ich mal tippen, frühestens zum 1.6. nächsten Jahres da überhaupt, dass das Gesetz anfängt. Denn ich vermute mal, die wollen da ordentlich Vorlaufzeit haben. Das haben sie ja schon angekündigt, dass sie da alles so gut durchgehen wollen, dass auf jeden Fall genug, ja, Angebot auf jeden Fall vorhanden ist. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wenn das Gesetz rausgebracht wird, dass dann nicht irgendwie schon zwei Monate später oder so, also dann womöglich zum 1.1.2023 das Gesetz auch in Kraft tritt, sollte es, wenn wir Glück haben, direkt durchkommen durch den Bundestag und Bundesrat. Aber ich glaube, da wird es eh eine Vorlaufzeit geben. Und was auf jeden Fall auch passieren kann, ist, dass wenn der Gesetzesentwurf rausgekommen ist, dass der womöglich im Bundestag gut einmal durchgehen könnte, aber wenn dann die CDU da noch ein bisschen was gegen hat an manchen Stellen, dass der vielleicht nochmal nachverhandelt werden muss, geguckt werden muss, okay, müssen wir da vielleicht noch ein paar Sachen ändern? Ja, Christine Lüttke hat es im Interview auch angesprochen. Das Gesetz muss halt noch durch den Bundesrat durch. Und in Schleswig-Holstein hatten wir jetzt schon 43 Prozent CDU. Das ist in dem Fall natürlich nicht so gut. Und da gucken wir mal jetzt, was in NRW rauskommt. Aber sie hat auch in dem Interview gesagt, dass es womöglich möglich wäre, mit der CDU darüber zu sprechen. Also da ist dann die Frage, da gibt es ja auch ein paar Legalisierungsbefürworter in der CDU, ob man die nicht vielleicht mit einem guten Gesetzesentwurf auch noch überzeugen kann. Ja, wir schauen mal, was die Zukunft zu bringen kann. Burkhard Blienert hat sich ja jetzt auch vorgenommen, sich mit ein paar Fachleute zusammenzusetzen, unter anderem auch mit Georg Wurt vom DHV. Und der hat auch in den letzten DHV-News dazu aufgerufen, möglichst zur Cannabis-Normalkonferenz zu kommen, weil dort werden dann Sachen an Georg Wurt weitergegeben, die Georg Wurt dann wiederum an den Bundestag weitergeben kann. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie die Cannabis-Legalisierung oder kontrollierte Abgabe im besten Fall aussehen sollte, schreibt das mal unten in die Kommentare, weil wir werden zur Cannabis-Normalkonferenz hingehen und könnten dann unsere Meinung bzw. eure Meinung mitgeben zu Georg Wurt. Und Georg Wurt kann sie dann Burkhard Blienert oder wen auch immer, wer im Ausschuss sitzt, vortragen. Und dann hoffen wir, dass das dann auch alles klappt, so wie wir uns das wünschen oder wie ihr euch das wünscht. Und dann hoffen wir, dass wir das halt auch voranbringen können und für euch möglichst gut gestalten können. Ja, Burkhard Blienert hat auch gesagt, dass er sich auf jeden Fall auch noch mit Konsumenten zusammensetzen möchte. Also da womöglich dann auch vielleicht so offene Talkrunden oder er wird einzelne Städte in Deutschland besuchen, wo dann so offene Fragerunden kommen oder er dann halt einfach mit den Menschen auch spricht, was die so davon halten. Er wird sich ja mit anderen Ländern auseinandersetzen, also wir gucken, wie es in Kanada war, in Portugal, in den US-Bundesstaaten. Da wird er sich jetzt auf jeden Fall viele Informationen erstmal reinholen und dann geht es erst weiter in den Prozess. Und wegen der Cannabis-Normalkonferenz, da hat auch der DAV auf deren Seite schon mal im Endeffekt deren Stellungsnahme, so wie sie derzeit die ganzen einzelnen Punkte sehen, veröffentlicht. Den Link packen wir euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Und ja, die einzelnen Punkte sind auf jeden Fall sehr spannend. Da geht es zum einen zum Beispiel um Werbung, um Jugendschutz, dann wie die Abgabe in den Läden und online vielleicht auch ablaufen kann. Also dort könnt ihr auf jeden Fall die einzelnen Punkte euch alle mal angucken und dann vielleicht auch zu den einzelnen Punkten mal so schreiben, was ihr so davon haltet, wie ihr das angehen würdet. Wir hatten ja auch schon bei Instagram mal eine Umfrage gemacht. Da waren auch sehr viele von euch zum Beispiel dafür, komplett keine Werbung zu erlauben. Also der DAV hat da zum Beispiel vorgeschlagen, dass man Werbung in Fachzeitschriften und in den Läden erlaubt. Aber da auf jeden Fall ja auch ein großer Anteil der Bevölkerung, der natürlich sagt, gar keine Werbung. Natürlich alles, das schreibt auch der DAV selber, unter der Prämisse, dass wenn Cannabis jetzt so streng behandelt wird, dass das Gleiche auch noch mit Alkohol und Tabak passiert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Voraussetzung dafür. Also da darf jetzt nicht auf einmal Cannabis viel, viel strikter behandelt werden als jetzt Alkohol oder Tabak. Denn es ist ja nun mal so, dass Tabak und Alkohol die gefährlichere Droge ist. Und wenn jetzt Cannabis so stark reguliert wird, dann wird der Schwarzmarkt weiter bestehen. Das kennt man aus anderen Städten und Ländern, wo Cannabis legalisiert wurde, aber nicht richtig legalisiert wurde. Holland immer noch als bestes Beispiel, wo ja alle eigentlich denken, dass es legal wäre, ist es aber gar nicht. Da ist der Schwarzmarkt der Versorger. In Kanada wurde der Schwarzmarkt am Anfang nicht ausgetrocknet, weil nicht genug Material da war. Es gibt so viele Sachen, auf die man achten muss. Und dementsprechend ist da natürlich auch viel Redebedarf auf allen verschiedenen Parteien. Es gab jetzt ja auch schon die ersten Gegenstimmen aus der CSU. Der Gesundheitsminister aus Bayern hat sich auch schon wieder dagegen ausgesprochen. Es wäre ja so schrecklich und so schlimm. Aber ich glaube, im Herbst sehen wir den mal wieder auf dem Oktoberfest. Ja, er hat da in dem Artikel gesagt, dass er die Befürchtung hat, dass nach einer Legalisierung mehr Leute Cannabis konsumieren werden. Also das ist ja schon mal faktisch falsch. Das haben wir uns in den ganzen Ländern und Bundesstaaten, die schon legalisiert haben, angeguckt. Das ist einfach nie so passiert. Deswegen ist da immer die Frage, weswegen die Politiker dann doch drauf kommen, dass das hier in Deutschland auf einmal so wäre, als wenn wir so anders sind von allen anderen Menschen. Und das Zweite, was er gesagt hat, womit er auch auf jeden Fall recht hat, ist, dass Cannabis Psychosen verursachen kann. Also zum einen 10 Prozent der Cannabiskonsumenten entwickeln auch eine Sucht. Und ein geringer Teil entwickelt auch Psychosen. Dementsprechend, damit hat er natürlich recht, aber er stellt das alles so dar, als würde einfach kein Gesundheitsschutz durch die Legalisierung entstehen. Was ja komplett falsch ist, weil da gibt es ja ganz viele Auflagen, die dann mit da reinkommen werden in das Gesetz. Aber auf jeden Fall, dort muss man im Hinterkopf behalten, Cannabis ist keine ungefährliche Substanz. Also es ist immer noch eine Droge. Sie kann immer noch schädlich sein, vor allem, wenn man sie in zu hohen Mengen nimmt. Und derzeit, da haben wir ja auch eines der Probleme vom Schwarzmarkt, man weiß einfach nicht, was man bekommt. Man bekommt da tendenziell dann Cannabis irgendwie so um den Dreh, 20 Prozent THC. Und da geht es dann halt nur noch darum, was am meisten ballert. Dementsprechend auch Sachen wie synthetische Cannabinoide, die da immer mehr reinkommen. Und da muss man einfach sagen, der legale Markt kann dort auch Abhilfe schaffen, indem man zum Beispiel wieder mehr CBD in die Blüten einfach reinbringt auch. Und so, dass alles besser dosiert werden kann. Und natürlich, das Cannabis-Gesetz, wie es dann rauskommen wird, wird nicht, wie ich Anfang schon gesagt habe, eine komplette lockere Freigabe sein, sondern da wird sich um Jugendschutz gekümmert werden. Da wird sich um Gesundheitsschutz gekümmert werden. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, die Polizei und die Staatsanwaltschaften, die Gerichte werden extrem entlastet und können sich auf wichtigere Dinge konzentrieren. Also wenn man sich derzeit anguckt, in Deutschland generell, haben wir über 280.000 konsumnahe Delikte bei Drogen. Jetzt nicht nur Cannabis, sondern insgesamt bei Drogen. Cannabis macht aber, glaube ich, irgendwas um die 200.000 davon aus. Also ist schon eine der häufigsten konsumierten Drogen. Aber alleine, wenn da so um die 200.000 Fälle wegfallen, dann kann sich die Polizei einfach viel besser auf wichtigere Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel auch Einbrüche. Also ich weiß, in den letzten Jahren sind ja Einbrüche in Deutschland auch stark angestiegen. Und da muss man einfach gucken, dass sich die Polizei auf wichtigere Dinge fokussieren kann und sich nicht mehr um Cannabis kümmern muss, um die Leute kümmern muss, die ja im Endeffekt nur einfach eine Droge konsumieren und nicht mal irgendwem schaden. Also es wird ja weiterhin verboten sein, Leute mit Waffen zu bedrohen, was so typische Drogenkartelle dann machen. Das wird dann ja alles auch Steuerhinterziehung sein. Das ist alles ein wichtiger Punkt. Das ist ja dadurch nicht alles auf einmal erlaubt, sondern die kriminellen Sachen, das, was wirklich gefährlich für die Gesellschaft ist, das wird ja immer noch verboten sein. Und nur der einfache Konsument darf halt legal konsumieren. Es wird ein legaler Markt geschaffen. Und die ganzen Probleme können viel besser angegangen werden. Aber ich glaube, das sehen die Politiker ja frühestens erst, wenn der Gesetzesentwurf wirklich da ist und der sich angeschaut werden kann. Weil ich glaube, bisher gehen echt viele davon aus, dass das einfach nur Hurra, Cannabis für alle. Und vielen Dank an alle, die uns immer unterstützen. Sei es durch einen Kauf in unserem Supportershop, die Love Mary Like Joanna Gläser, unsere Textilien. Es gibt nicht nur die mit heiteren Gedanken drauf, sondern auch noch andere. Aber wisst ihr bestimmt schon. Die Codes, die unter unserem Video stehen. Rabattcode für Turpens, Rabattcode für Zen Vaporizer, Rabattcode für die 8000 Kicks. Genau, die 8000 Kicks sind nämlich komplett aus Handfaser. Ja, also gut da Nutzhanf drin verarbeitet, wasserabweisend, geruchabweisend, könnte man sagen. Verschiedene Farben, verschiedene Modelle und sogar auch Rucksäcke. Guckt unbedingt mal bei 8000 Kicks vorbei, auch unten in der Beschreibung. Ja, und Socken findet ihr bei denen auch sogar. Also direkt noch was, was ihr drunter ziehen könnt unter die Schuhe. Und falls es euch so ein bisschen wundert, dass hier unten ist nicht einfach nur irgendwie Kunststoff oder so, sondern das ist alles recyceltes Material. Also da auch schön nachhaltig die Schuhe. Das ist also ja im Endeffekt nicht nur Greenwashing, sondern das sind echt grüne Schuhe. Und da tut ihr auf jeden Fall was Gutes. Also guckt da unbedingt mal vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Vielen Dank an alle, die das bisher getan haben. Und eine kleine schlechte Nachricht haben wir jetzt auch noch, denn wir müssen leider die Preise von unseren Textilien anheben. Die Herstellung wird immer teurer. Ihr kennt das ja bestimmt auch aus anderen Bereichen. Inflation schlägt zu. Wir müssen leider die Preise anheben. Deswegen, wenn ihr noch irgendwelche Textilien haben wollt, wir können ja gerade auch mal ein paar Bilder einblenden, was wir so für Designs haben, dann schlagt am besten jetzt noch zu, denn wir müssen bald den Shop umbauen, die Preise wie gesagt ein bisschen anheben und dann gibt es wahrscheinlich auch noch mal ein paar neue Designs. Könntet ihr darauf gespannt sein. Ja, und wir haben letztens ja noch darüber geredet, dass wir nichts von der FDP hören bzw. der Justizminister so ein bisschen auf sich warten lässt. Aber Marco Buschmann hat inzwischen dann doch schon sich zu Wort gemeldet und sagt sogar, dass Anfang 2023 alles durch sein soll und wir legal Cannabis kaufen dürfen. Ob das wirklich so klappen wird, ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, aber wenn der Justizminister das sagt, nehmen wir das natürlich erstmal gerne an. Also Frühjahr 2023 dürfen wir dann hoffentlich legal einkaufen. Hauptsache, das ist ja nicht so eine Enttäuschung wie bei unserem SPD-Interview hier. Okay, kommen wir zur finalen Frage. Was denken Sie persönlich, wann wird Cannabis in Deutschland zum Freizeitkonsum freigegeben? Bei der richtigen Konstellation im Januar 2022. Okay, danke. Vielen Dank. Müssen wir aber ganz schnell den Koalitionsvertrag machen. Das lassen wir direkt so stehen. Ja, man muss sich ja Ziele setzen. Ja, und generell haben auch die Ampelparteien so eine kleine Medienoffensive jetzt gestartet, nachdem Lauterbach das verkündet hat. Also man hat da auch von der SPD-Bundestagsfraktion bei Twitter, fand ich ganz cool, muss ich sagen, den Post gesehen mit Mehr Freiheit tüten wir für euch ein. Ist jetzt hier mal gerade eingeblendet. Und dazu kam dann noch von Lindner ein Tweet mit Wann buberts legal? Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was ja gerade bei der jüngeren Generation auf jeden Fall derzeit ein beliebter Spruch auch einfach ist. Und die, ja, greifen das alle viel auf. Und da kann man es aber auch direkt wieder kritisch sehen. Das ist natürlich in gewisser Weise auch alles wieder Werbung für Cannabis. Dementsprechend, was mir daran nicht so gefällt, ist, dass es so ein bisschen Öl in das Feuer der Prohibitionsbefürworter gießt. Weil das, was dann auch der CSU-Gesundheitsminister von Bayern da gesagt hat, dass die Ampelparteien damit zu locker umgehen, das ist jetzt natürlich alles dort einfach als Spaß gemeint. Das muss man einfach so offen sagen. Das ist jetzt ja nichts, was komplett ernst ist, sage ich mal. Und das Wichtige, die Fakten werden sich am Ende im Gesetz finden. Und ja, da kann jetzt vorher, glaube ich, noch so viel getwittert werden, wie sie wollen. Und, also wie ich ja schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass das so schnell durchgeht, wenn der Gesetzentwurf jetzt Ende des Jahres, November vielleicht draußen ist, dass das dann schon irgendwie zum März in Kraft tritt. Also das ist wirklich dann sehr schnell. Denn sie haben bisher alle ja gesagt, dass sie es auf jeden Fall sicher über die Bühne bringen wollen, ohne die ganzen Probleme. Und wo er sich leider immer noch nicht zugemeldet hat, ist, ob wir aus dem internationalen Vertrag austreten. Also da ist halt die Frage, wird das jetzt noch diesen Monat angegangen? Das wäre ja auch noch richtig wünschenswert. Oder ob sie sich halt einfach denken, wir treten halt nicht aus und machen es trotzdem. Das kann man ja auch machen. Haben ja auch schon mehrere Länder so gemacht. Ich meine, grundsätzlich, da gibt es ja auch keine Strafe, außer dass halt andere Länder sagen könnten, hey, ihr habt euch hier nicht dran gehalten. Jetzt halten wir uns vielleicht hier nicht dran. Oder hey, ihr habt euch da nicht dran gehalten. Jetzt gibt es wirtschaftliche Sanktionen oder so. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendwie, weiß nicht, dann Frankreich sich denken würde, ach, wir machen jetzt wirtschaftliche Sanktionen gegen Deutschland, weil sie da aus dem internationalen Vertrag über Drogen ausgetreten sind. Also dementsprechend ist da eh die Frage, ob das überhaupt schlimm wäre, wenn wir da einfach weiter drin bleiben. Aber es wäre zumindest auch, finde ich, innenpolitisch ein sehr wichtiges Zeichen. Hey, es passiert jetzt auf jeden Fall was. Denn bisher, man muss es ja leider sagen, von Lauterbach die News und auch von Marco Buschmann, dass er sagt, das ist jetzt Anfang nächsten Jahres soweit, sind immer noch nur Worte, die wir bisher gehört haben. Es sind leider noch keine Taten gefolgt. Also bisher ist ja Burkhard Blinand auch noch nicht irgendwie rumgefahren oder so. Bisher sind wir noch nicht ausgetreten aus dem Vertrag. Da ist einfach bisher noch nichts passiert. Aber gut, jetzt müssen wir natürlich sagen, jetzt müssen wir noch ein bisschen geduldig sein und gucken, ob das, was Lauterbach gesagt hat, jetzt auch in die Tat umgesetzt wird. Das wäre auf jeden Fall sehr schön und wir sind auf jeden Fall optimistischer. Es kam auch passend zur Wahl, muss man auch dazu sagen. Also letzte Woche war die Wahl in Schleswig-Holstein. Donnerstag kam das raus mit dem, wir machen jetzt Cannabis legal. Kann auch wieder damit zusammenhängen, dass jetzt gerade Wahlen sind und die natürlich wieder um die Gunst der Wählerstimmen so ein bisschen buhlen. Das Ergebnis Schleswig-Holstein wissen wir jetzt schon. Man könnte sagen, eine Katastrophe für alle Cannabis-Befürworter, Cannabis-Legalisierungs-Befürworter. Die CDU hat so viele Stimmen gekriegt. Wenn das so in NRW jetzt auch am Sonntag passiert, also jetzt am Sonntag sind in den NRW-Wahlen. Also falls ihr aus NRW kommt, geht wählen und wählt eine vernünftige Partei. Nicht, dass wir auch so ein Ergebnis wie in Schleswig-Holstein bekommen. Ich meine, ein gutes hat es. Ich glaube, kann ich auch für alle unsere Zuschauer sprechen. Die AfD wurde rausgewählt. Das ist schon mal was ganz Gutes. Aber ja, ist ein bisschen schwierig. Der Bundesrat ist halt immer noch so eine Stelle, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen verursacht. Und wenn wir weiterhin die ganzen Landräte voller CDU-Führung haben, mal gucken, wie das wird. Also mit Schleswig-Holstein, muss ich sagen, kenne ich mich nicht so aus. Ich hatte nur bisher gehört, dass die CDU in Schleswig-Holstein wohl auch ein bisschen liberaler ist als so die März geführte Bundes-CDU. Da kann ich aber so ansonsten auch nichts weiter zu sagen. Habe ich nur so aufgeschnappt. Ja, in Schleswig-Holstein jetzt mit der CDU ist die wahrscheinlichsten Koalition, wo sie, glaube ich, auch schon in Gespräche gegangen sind, Schwarz-Grün und Schwarz-Gelb. Da muss man sagen, Schwarz-Gelb ist etwas wahrscheinlicher von den jetzigen Ständen so. Aber in beiden Fällen können auf jeden Fall die FDP und auch die Grünen da ordentlich Druck nochmal machen bei der CDU, dass es vielleicht auch nochmal, oder gut argumentieren, dass es vielleicht auch noch in die Richtung geht, dass man die CDU dort auch noch in Richtung lenken kann, dass sie vielleicht am Ende des Tages auch noch für eine Legalisierung stimmt, wie Christine Lüttke es auch schon gesagt hat. Also ich glaube, da ist jetzt einfach der Dialog einfach die beste Option. Und wenn dort die FDP und die Grünen ihre Standpunkte klar vertreten und doch gut argumentieren, dann ist das, glaube ich, auch immer noch etwas, wo man auf jeden Fall was machen kann. Ich denke, das beste Argument zurzeit ist das Steuereinnahmen-Argument. Also wir brauchen momentan so viel Geld, der Krieg, die Covid-Geschichte, alles Mögliche, so viele Ausgaben, Inflation, alles, was jetzt dazu kommt, Steuereinnahmen. Ich würde so gerne Steuern zahlen für mein... Okay, ich tue es ja schon als Patient, aber andere Konsumenten würden auch gerne Steuern zahlen für ihren Konsum. Da würde so viel zusammenkommen und wir könnten so viele Sachen angehen. Unsere Bildung könnte endlich mal vernünftig werden. Das wäre ja auch mal was Schönes. Nicht nur jetzt die Ausgaben, die anstehen wegen Covid und des Krieges, sondern man könnte ja auch in die Zukunft investieren. Das wäre ja auch mal was Schönes für Deutschland. Also ihr seht, da wird auf jeden Fall eine spannende Zeit auf uns zukommen und da können wir gespannt sein. Und ansonsten in NRW kann man auf jeden Fall klar sagen, das ist ja die letzten Jahre auch einfach die lasche CDU gewesen. Also da weiß man auch so, was so das Kabinett und alle, die da jetzt schon an der Regierung waren, was die so drauf haben. Wir hatten da ja auch schon... Oder auch nicht drauf haben. Ja, wir hatten da ja auch schon Aussagen gehört, was so die Fahrtüchtigkeit angeht und wie gefährlich Cannabis so ist. Also jemand, der einen Joint raucht, ein einziger, ist etwa anderthalb Tage im Straßenverkehr so gefährlich wie jemand, der vollalkoholisiert Auto fährt. Da muss man auf jeden Fall dann direkt nochmal zweimal nachdenken, ob man hier die CDU wählt in NRW. Aber da war ja auch schön jetzt in Düsseldorf gab es jetzt beim Global Marihuana-Marsch, haben sich über 500 Leute dort versammelt und nochmal vor dem Parlament ordentlich Stimmung gemacht. Also da erstmal vielen Dank an alle, die da hingegangen sind. Das ist immer richtig wichtig, auf die Straße zu gehen. Und das gibt hoffentlich auch noch ein gutes Zeichen vor der Wahl, dass das einfach ein wichtiges Thema ist. Ja, und um ein bisschen besser zurechtzufinden oder damit wir uns ein bisschen besser zurechtfindet und ihr euch ein bisschen besser zurechtfindet, wie das überhaupt alles funktioniert mit der Politik und wie so ein Gesetzesentwurf zustande kommt und all sowas, wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und haben da so eine kleine Reihe geplant, wo ihr euch drauf freuen könnt, mit Fachpersonal, die so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben, wo wir dann richtig schön über die Politik ein bisschen reden können und warum alles so lange dauert, wieso das alles so ist, wie es ist, was für Wege gegangen werden müssen, werden wir uns in Zukunft ein bisschen genauer anschauen. Also abonnieren auf jeden Fall, damit ihr nichts verpasst und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein für diese Folge. Wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin auf Wiedersehen. Bleibt schön heiter. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei heitere-gedanken.de Wir bieten Fairtrade, Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch ein 20% Rabattcode für TerpPens. Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.